Musik 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 Willkommen bei What's. Ich bin Sigrid. Ich entwickle neue Ideen und kreative Techniken rund um unsere Flüssiglöffnungen. Jetzt zeige ich euch, wie man aus Tellern, die man günstig im Möbelhaus bekommt, was tolles Kreatives machen kann. Sucht euch zwei glänzende Irdenwareglasuren aus und legt los. Musik 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 Ihr könnt auch zwei Glasuren ineinander streichen. Das sieht auch toll aus. Musik 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 Man kann auch Punkte auftropfen und die dann zu Sternchen ziehen. Wird auch witzig. Und jetzt ab in den Ofen bei ca. 1050 Grad. Das ist unser Teller nach dem Brand. Die Glasuren sind super schön ausgeschmolzen. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und tolle eigene Brennergebnisse. Bis zum nächsten Mal. Es gibt so viele Ideen mit Bots. Probiert's mal aus.